Ach du scheiße! Ach du scheiße! Zelt steht auf jeden Fall. Sieht sehr gut aus. 2021 war es wieder so weit. Wir sind zusammen los, um uns auf einen Kajaktrip zu machen. Diesmal ging es nach Schweden, genau gesagt in die Nähe von Stockholm, doch fliegen wir erstmal dorthin. Wir sehen hier Stockholm, dort haben wir auch zwei Nächte verbracht und sind dann mit dem Taxi einmal aus der Stadt raus. Gar nicht so lange, um einen Verleih zu finden. Hier ist er und dort hat sich für uns die Insellandschaft vor Stockholm als Spielplatz eröffnet. Wir hatten eine Menge Spaß, wie ihr schon gesehen habt. Und jetzt viel Spaß beim Video! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt haben wir sogar etwas Wolken Gar nicht so schlecht für die bevorstehende Passage Hier in der Bucht jetzt noch ganz geschützt und windstill Aber gleich wird es dann wahrscheinlich ganz schön wellig Und dann melden wir uns mal wieder Du merkst halt, wie es dir das Heck rumzieht Und es dann unter dir schäumt Oh! Oh! Oh Scheiße! Es kam aber jetzt sehr plötzlich Ist das etwa eine Fasslauna? Jetzt zeige ich euch mal den nächsten Platz auf einer Insel Relativ weit draußen tatsächlich Kann ich einmal kurze Impression geben Das Zelt steht da so leicht geschützt Ja, wir kochen da jetzt am offenen Feuer direkt am Wasser Heute gibt es so einen Linseneintopf Ja, Bene hat das Feuer gemacht Ich habe jetzt den Zeltplatz so weiter aufgebaut Und jetzt ist es auch schon, keine Ahnung, acht oder so Lecker, lecker, lecker Schön! Ja, danke! Ja, danke! Ja, danke! Der letzte Tag, Tag 7 Wir gehen nur noch zum Verleih Die einzige Herausforderung ist, wir müssen den Verleih finden Der ist nicht mehr auf der Karte Und unsere Handys sind beide kaputt Und unsere Handys sind beide kaputt